Ja, hier, die Festung wird wieder aufgerüstet. Das ist doch schön. Jetzt würde ich das hier mal alles schließen, dass wir nicht noch hier Goldmünzen jetzt reinkriegen. So. So. Und so. Wir arrontieren das auch noch, natürlich. So, und dann hoffe ich mal, dass wir die dann alle wieder zusammenkriegen. Ich bin jetzt schon geneigt, den gelben anzugreifen. Der dehnt sich nämlich gerade ganz schön aus. Können wir noch mal hier mit dreien drauf. Hier zwei. Da können wir nicht angreifen. Dann hier noch mal drei. Und gucken mal, was passiert. Okay, hier ist ein General drin. Dann wird natürlich vernichtet. Okay. Eins haben wir schon mal. Noch eins haben wir. So, die haben wir alle jetzt bekommen. Na, mal sehen, ob das was wird. Ah ja, sieht doch ganz gut aus. Jetzt hier die ganzen Schwächeren gekommen sind. Aber ja. Ist das hier schon das Hauptquartier? Nee, oder? Das ist ein Lagerhaus einfach nur. So. Gleich mal doch noch den an. Dann muss ich mal gucken, dass ich vielleicht direkt auch mal hier ein Lager baue. Okay, da kommen jetzt aber nur Schwächere. Wo sind denn die anderen alle hier hingegangen? Sind die gar nicht? Und gleich wieder zu umgekehrt. Mal sehen, ob die es schaffen. Sieht gut aus. Die etwas schwächeren Kollegen hier haben es auch gepackt. So, nein. Hier. So, eingenommen, 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 eingenommen. Die haben verbraucht. Keine weiteren Fischbestände. Sie haben Land verloren. Jetzt nicht mehr. Das lagert gut im Bau. Okay. Gehen wir mal weiter hier. Mal sehen, wo wir da so hinkommen. Ja, natürlich, lass erst mal den kleinen Rand. Oh, hat sogar gepackt. Und da haben wir grün. Und da haben wir ein Lager kaputt gemacht. Hübscher Weg. Dann baue ich doch das lieber hier drüben dran. Und das haben wir auch. Und das haben wir auch. Wunderbar. So, dann hier welche drauf. Hier welche drauf. Hier welche drauf. Das sieht doch schon ganz brauchbar aus. Ja, ne? Das sieht doch schon ganz brauchbar aus. Was auch unsere... Rekruten, sage ich mal. Die Schützen, die schlagen sich auch recht gut, muss man sagen. Obwohl ich auch... Das ist ja alles nicht wirklich besetzt, ne? Dem seine Gebäude. Das ist ja nicht wirklich was zu holen. Die kann man hier wirklich komplette Front durch angreifen. Gut, dann ist der Gelbe wahrscheinlich, wenn das so weiterläuft, auch bald Geschichte. Dann können wir uns fast schon direkt den Grün hier mit vorknüpfen, wenn er sowieso einmal hier ist. Es geht ruckzuck, geht das. Also wir gewinnen in dem Fall tatsächlich ja mehr durch Masse als alles andere. So, kann man hier auch angreifen? Jawohl, dann machen wir das. Hier ist das Hauptquartier. Da versuchen wir das dann als nächstes noch mitzunehmen. Mit drei Leuten. Ob das funktioniert, weiß ich jetzt nicht. Kommt ein bisschen drauf an, was das für Leute sind. Okay, das schaffen wir nicht. Das war tatsächlich ein General. Jawohl, den haben wir geschafft. Super, dann kriegt man ja die Baracke auch noch. Hier ist ja das nächste Lager gar nicht so weit entfernt. Da würde ich ja fast hier schon sagen, wir reißen hier die Gebäude auf jeden Fall schon ab. So, wenn wir es wagen mit Vieren. Mal sehen, was da jetzt kommt. Eher ein bisschen die Schwächeren. Könnte jetzt interessant werden. Wahrscheinlich gewinnen wir das nicht. Aber ich sag mal, wir haben den Gelben gut dezimiert. Ja, weil da ist schon der General. Nee, das packen wir nicht. Wo sind denn eigentlich die anderen hier? Von den Vieren, die kommen sollten. Zwei. Kommt die von hier unten? Jawohl. Och, wir haben es tatsächlich geschafft. Hauptquartier zerstört. Super, das gefällt mir doch. So, dann gucken wir doch mal. Eingenommen, eingenommen. Lager ist fertig. Dankeschön. Ist alles eingenommen. Es ist wichtig, dass man mal guckt, dass nicht nebenbei von einem selber dann irgendwas eingenommen wurde. Ob man da wieder was verloren hat. So. Den här los. So, die können wir dann gleich weiterschicken ins Nächste. Jetzt war er doch schon fast zu Hause. Was macht er denn da? Also das kann ja jetzt wirklich nicht zu weit entfernt gewesen sein. Na, die werden sich schon sortieren da irgendwie. So. Mal ein Fähnchen setzen. Und ein Kundschafter hier hochschicken. Das Lagerhaus hier ist auch fertig. Dann können wir uns dann auch langsam zurückziehen. Das ist gerade zurückerobert. Nein! Das bedeutet Krieg, mein Freund. Also ich meine, wir sind sowieso schon im Krieg, aber das bedeutet richtig Krieg. So viel kann das doch jetzt hier eigentlich auch nicht mehr sein. Wir haben ja schon das Hauptquartier und so. Mal gucken. Was ist jetzt hier passiert? Ich glaube nicht, dass er das schafft. Oh. Er hat's geschafft. Und mich damit eines Besseren belehrt. So, dann haben wir noch ein Lager kaputt gemacht. Und dann sind wir jetzt hier wieder an der gleichen Stelle. Wir können nicht mehr angreifen aktuell. So, das hier haben wir auch. Das hier unten können wir ja offenbar noch ein bisschen angreifen. Außer hier. Na dann. Äh, versuchen wir es doch mal hier. Mit sechs. Und er hat wahrscheinlich die Festung angegriffen, als ich die gerade alle abgezogen habe. Keine weiteren Steinbeständer. Und der dann auch. Und wir haben es eingenommen. Also noch ein General, der sich mit unserem General kloppt. Und er hat möglicherweise gewonnen. Wenn wir uns mal weiter vorwagen. Viel können die ja jetzt auch nicht mehr haben. Wie groß ist denn die Karte? Was kommt denn da noch? Der Grüne ist auch nicht besonders groß. Das ist gut. Jetzt ist es eigentlich eher der Graue, der da so ein bisschen mir noch Sorgen macht. Aber ich hoffe, dass wir das dann, wenn wir jetzt erstmal hier wieder ein bisschen aufgeräumt haben, dass uns das dann nicht mehr stört weiter. ein Bergwerk verbraucht. Vor allem das Gebäude eingenommen. Das ist gut. So. Kann ich auch nochmal hier hingucken. Sehr schön. Hier sind jetzt alle raus, ja. Dann gucken wir jetzt nämlich mal, was passiert. Okay. Super. Dann reißen wir als nächstes das Lagerhaus wieder ab. So, das haben wir auch eingenommen. Ne, nicht abreißen. Verbinden erstmal. Und wir können nirgendwo angreifen. Schade. Gut, dann werden wir jetzt ein bisschen warten müssen. So, in der Zeit hoffe ich jetzt mal. Hier ist alles raus. Jawohl. Können wir das abreißen. Und das hier können wir abreißen. Und den Turm können wir auch abreißen. So, dann sind wir fast wieder hier. Wo wir begonnen haben. So, hier ist auch dann nichts mehr drin. Das heißt, wenn dann die letzten Soldaten da rausgelaufen sind, dann werden wir hier auch das weiter und zurückziehen. So, diese Fässigung ist ja immer noch sehr gut besetzt. Na ja, hier geht's so. Das ist ziemlich gut. Das ist auch ziemlich gut. Das heißt, der Rote wird wahrscheinlich recht gut geschlagen werden. Können wir das angreifen von hier aus? So, wie sieht das jetzt hier aus? Hier geht's nicht. Hier unten vielleicht. Nö. Nö. Schade, schade, schade. Ich neige dazu, jetzt mich um den Roten zu kümmern. Kein Futter da, hier. Aber die Mühle, das läuft jetzt wieder besser. Vielleicht müssen wir noch mehr Bauernhöfe bauen. Und ich denke, wir greifen jetzt den Roten an. Ich meine, wir haben ja hier jetzt die Soldaten da. Und ich meine, was sollen wir da jetzt großartig warten? Wir machen das jetzt mal. So. Der nächste Gegner, der vernichtet wird. Der hat da sogar Generäle drin. Aber dann kann er nicht besonders viele davon haben. Mit seiner Militärmacht. und gleich ein Lager mit kaputtgemacht. Und gleich ein Lager mit kaputtgemacht. So. Mal hier in das Militärgebäude schauen. Zwei. Gut, der eine hat es also nicht geschafft. Naja. So. Dann hier war das nächste. Wie sieht das eigentlich von der Landesgröße bei ihm aus? Na ja. Das ist schon ein bisschen, ne? So. Hier da auch nochmal ein General. Der drängt uns jetzt hier so ein bisschen zurück. Das ist, äh, blöd. Und vielleicht kann das Katapult das jetzt ja ein bisschen hier richten.